Hallo! Wir sind heute in der staatlichen Musikschule in Katowice. Frau Basia hat uns in ihren Deutschunterricht eingeladen. Unser heutiges Thema ist Musik. Wer ist das? Das ist Wojciech Kilar. Wojciech Kilar ist ein Komponist. Er hat viele berühmte Filmmusiken komponiert, zum Beispiel Dracula. Wojciech Kilar! Was ist das? Das ist ein Konzertsaal. Was machen wir hier? Wir sitzen im Konzertsaal. Die Schüler spielen regelmäßig Konzerte im Konzertsaal. Zemek, welches Instrument spielst du? Ich spiele Klavier. Zemek spielt auf dem Konzertflügel der Schule. Die Schüler geben Applaus. Bravo! Jetzt sind wir in der Orgelklasse. Mariusch lernt hier Orgelspielen. Mariusch, was ist das? Das ist eine Pfeife. Diese Orgel hat 400 Pfeifen. Sie hat 112 Tasten und 20 Pedale. Mariusch, kannst du für uns Orgel spielen? Ja. Mariusch, was ist das? Das sind die Noten. Ein Notenblatt für eine Orgel besteht aus drei Teilen. Eine für die linke Hand, eine für die rechte Hand und eine für die Füße. Antek, welches Instrument spielst du? Ich spiele Gitarre. Das ist eine klassische Gitarre, im Unterschied zu einer elektrischen Gitarre. Die Gitarre hat sechs verschiedene Saiten und man spielt in verschiedenen Bünden. Kannst du etwas Gitarre für uns spielen? Natürlich. Jetzt sind wir in der Klasse für Schlaginstrumente. Timmek und Matthäus spielen auf der Marimba. Das ist die Marimba. Jetzt sind wir im Schlagzeugraum. Olaf spielt Schlagzeug. Das war unser Video aus der Musikschule. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! Tschüss! So, ich bin jetzt erzählt. with Bis zum nächsten Mal.